Hallo, heute ist wie in Stuttgart mal Outdoor. Wir testen heute die heißesten Pisten Stuttgarts, sind hier Schloss Solitude, also hier läuft es schon mal richtig gut. In den 1760er Jahren ist das Jagd- und Repräsentationsschloss für Herzog Karl Eugen von Württemberg erbaut worden. Zwischen Gerlingen und Stuttgart Weil im Dorf verläuft noch heute ein wunderschöner Hang, der sich im Winter perfekt zum Rodeln anbietet. Mit genug Schwung kommt man gefühlt fast nach Ludwigsburg. So, hier liegt es schon mal richtig gut. Ich würde mal sagen von zehn Punkten mindestens so die Acht. Von Stuttgarts Nordwesten fahren wir an eine andere Ecke unserer Landeshauptstadt. Man hat uns gesagt, dass wir bei der Grabkapelle auf dem Württemberg ganz gut rodeln können. Die Grabkapelle auf dem Württemberg in Rothenberg. Das Mausoleum von Katharina Pavlovna, der zweiten Frau von Wilhelm I. von Württemberg. Erst 1907 wurde der Berg Rothenberg durch König Wilhelm II. in Württemberg umbenannt. Im Volksmund heißt der Berg heute noch Rothenberg. Ich bin ja bekanntlich ein Mann des Volkes. Ja, hier bei der Grabkapelle auf dem Rothenberg ist nicht mehr viel mit Schnee. Ich habe genommen, was man hier noch verwenden konnte an Schnee. Schnelle Fahrt, aber kurze Fahrt. Und von Einheimischen habe ich gerade erfahren, dass da drüben muss noch ein anderer Hügel sein. Da könnten wir mehr Glück haben. Ein Hügel weiter liegt an einem Spielplatz, nämlich die eigentliche Rodelstrecke von Rothenberg. Rodeln beim Mausoleum ist dann eher ein bisschen untypisch. Musik Ja, war gar nicht schlecht hier. Wir ziehen weiter in ein ehemaliges Stuttgarter Skigebiet. Dort steht sogar noch ein alter Skilift. Hier muss das doch irgendwo sein. Ein Katzensprung von Stuttgart-Rohr. Auf der Südseite unserer Stadt befindet sich Pitzmus. Zwar liegt das quasi schon auf der Gemarkung von Leinfeld in Echterdingen. Vor 60 Jahren sind hier aber noch Stuttgarter Skibettkämpfe veranstaltet worden. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von Stuttgart in einem richtigen Stuttgarter Skigebiet und zwar Pitzmus. Hier steht sogar noch eine alte Skiliftanlage. Mittlerweile ausrangiert, rostet vor sich hin, aber hier hat man richtige Skiidylle pur. Und ich fahr jetzt mal hier runter. Und ich fahr jetzt mal hier. Und ich fahr jetzt mal hier. Und ich fahr jetzt mal.